Nummer 3 PIC-Glucotest ist ein zuverlässiges Blutzuckermessgerät mit einem übersichtlichen LCD-Display, einer externen Stechhilfe zur Blutentnahme und Speicherung der Werte vor und nach einer Mahlzeit. Mit bis zu vier Erinnerungsfunktionen erleichtert es die tägliche Überwachung des Blutzuckerspiegels. Die Blutentnahme ist nahezu schmerzfrei und das mitgelieferte Etui sorgt dafür, dass man es immer bei sich tragen kann. Leider ist die Speichererweiterung nicht angegeben, aber seine Stärken machen es zu einer idealen Wahl für alle, die eine einfache und genaue Blutzuckerkontrolle benötigen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Mit dem Beura GL50 Blutzuckermessgerät war es noch nie so einfach, ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten. Dank des hintergrundbeleuchteten LCD-Displays und der integrierten Stechhilfe lassen sich die Messungen einfach und genau durchführen. Doch damit nicht genug, das Gerät bietet nicht weniger als 480 gespeicherte Werte und die Möglichkeit, die Durchschnittswerte der letzten 7, 14, 30 und 90 Tage zu ermitteln. Die mitgelieferte Tasche ermöglicht es Ihnen, das Gerät immer bei sich zu tragen, während die USB-Steckverbindung und die PC-Schnittstelle es Ihnen ermöglichen, Daten zu übertragen und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1 Menarini Glucomen Areo 2K ist das perfekte Blutzuckermessgerät für alle, die eine genaue und umfassende Messung wünschen. Mit seinem LED-Display können Sie die Ergebnisse leicht ablesen und bis zu 730 Werte speichern, sowohl für Blutzucker als auch für Beta-Ketone. Aber das ist noch nicht alles. Dank der Markierungsfunktion vor und nach einer Mahlzeit können Sie Ihren Blutzuckerspiegel genau und detailliert verfolgen. Das macht es nicht nur zu einem Verbündeten für Diabetiker, sondern auch für alle, die ihre Gesundheit auf einfache und intuitive Weise überwachen möchten. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Bis zum nächsten Mal.